Ein Backdoor versetzt die Linux-Welt gerade in Auffuhr, zudem gibt es mittlerweile auch eine CVE, die mit einem Score von 10,0 von 10 gerankt ist, also etwas, das man nicht alle Tage sieht. Wir schauen uns in diesem Video mal an, was wirklich dahinter steckt und wie die Sachen zusammenhängen. Und damit herzlich willkommen zu ULabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Beginnen wir mit der Hintertür oder auch Backdoor genannt, was verbirgt sich dahinter. Das ist grundsätzlich ein weiterer Zugang zu einer Software, so hier ein alternativer Zugang, das heißt, ich habe einen bestimmten Weg, wie ich reinkomme, zum Beispiel über ein Login, und hier wird dann eben noch ein weiterer Weg geschaffen, der auch diese ganzen Zugriffskontrollen hier umgeht, der also immer funktioniert. Das kann mehr oder weniger toleriert oder gewollt sein, zum Beispiel als Notlösung, falls man sich aussperrt, ist aber immer eine Art Sicherheitsrisiko. Meistens ist das ein Weg von Unbefugten, um in das System reinzukommen. Das kennen wir tendenziell eher von zum Beispiel Geheimdiensten, die ihre Arbeit nicht richtig machen. Hier zum Beispiel hatten wir das Ganze bei einem Unternehmen für Hochsicherheitskameras. Da hat der US-Geheimdienst, hat da Hintertüren verbaut, dass der immer auf diese Kameras zugreifen kann, die man auch hier in Deutschland verbaut. und unser Geheimdienst hat da anscheinend weggeschaut. Gerade die USA sind da sehr in Erscheinung getreten. Hier zum Beispiel haben sie gesagt, man soll keine Router aus China kaufen, denn da könnte ja eine Hintertür von den Chinesen drin sein, was ja prinzipiell auch möglich wäre. Allerdings ist dann ungünstigerweise herausgekommen, dass genau die US-Regierung das Ganze mit ihren eigenen Geräten und Herstellern macht. Also die werden abgefangen, da werden alternative Zugänge eingebaut, damit sie eben zum Beispiel bei Routern oder Servern das Ganze anzapfen können. Gerade bei solchen zentralen Geräten ziemlich gefährlich. Damit ist man im Netzwerk drin und kann dann den Datenverkehr mitlesen sowie auch manipulieren. Darüber hinaus gibt es noch einige Hersteller, die bei sowas schon mal erwischt wurden, wo man bis heute teilweise nicht so genau weiß, was dahinter steckt. Hier zum Beispiel gab es bei einigen Routern und auch verschiedenen Herstellern Hintertüren, über die man eben Konfigurationsdateien auslesen konnte, auch sensible Zugangsdaten, Passwörter, Zertifikate, an die man da rankam. Also überhaupt nicht gut für den Besitzer. Außerdem konnte man auch die Konfiguration ändern, was das Ganze dann noch schlimmer macht. Das betraf hier auch nicht bloß einen Hersteller, sondern Cisco, also aus den USA, Linksys, Sercom und Netgear, also die großen. Da lief dann ein Dienst, mit dem man eben diesen Zugang von dem Standard-Organifizierungsmechanismus umgehen konnte. Das Ganze ist jetzt zehn Jahre her, war aber eine sehr wilde Geschichte. Der Hersteller hat nämlich nicht erklärt, was das genau ist und hat dann ein Update veröffentlicht, das soll diesen Backdoor beheben. Aber auch das war ein Trugschluss oder eine Lüge, je nachdem wie man es sehen möchte. Er hat ihn einfach besser versteckt. Also offensichtlich sollte das so drin sein. Natürlich für die Kunden, sage ich mal, ein Horror-Szenario, wenn du da einen Router hast und da kommt auf einmal jeder ran. Es gibt noch weitere Beispiele. Ich denke aber, das genügt, um das Prinzip zu verstehen. Es geht also um unbefugten Zugriff. Bei diesem konkreten Backdoor hier, der ist in der XZ-Implementierung. XZ wiederum ist ein Archivformat, ähnlich wie ZIP, Target-Set und weitere. Es soll aber effizienter sein. Seit einiger Zeit ist es zunehmend verbreitet. Auch das was bei PiOS setzt seit einigen Versionen schon auf dieses Format. Wenn man sich das Image hier runterlädt, sind die alle im XZ-Format. Man braucht also XZ, um das Ganze zu entpacken. Es gibt hierfür das Paket XZ-Utils. Da sind diese Bibliotheken drin, einmal diese lib-lzma. Und natürlich auch Kommandozahlen-Werkzeuge, wie zum Beispiel XZ oder unXZ, damit man eben hier das Ganze packen und entpacken kann. Dem Entwickler Andreas Freund ist kürzlich aufgefallen, dass seine SSR-Anmeldungen unter Debian-Sit verlangsamt wurden. Vereinzelt kam es sogar zu Fehlern. Hierbei entdeckte er eine Backdoor, also eine Hintertür in lib-lzma, die sich im Debian-Paket XZ-Utils, das haben wir hier eben gesehen, da ist das Ganze drin, versteckt hatte. Man könnte es sich jetzt einfach machen und sagen, okay, XZ verwende ich nicht oder deinstalliere ich, Thema erledigt, Video zu Ende, aber es ist deutlich komplexer. Ich habe das versucht, hier mal ein bisschen aufzuzeigen, und zwar fängt das Ganze ganz woanders an, nämlich beim SSH-Server, dem Daemon. Wenn ihr einen SSH-Server betreibt, dann habt ihr auf eurem System einen Dienst, und zwar heißt der meist SSH-D, SSH-Demon. Der ist hier active, der wartet auf Verbindungen, dadurch kann ich mich jetzt bei SSH auf dieses System verbinden und hier beliebige Befehle ausführen. Der Vanilla-SSH-Server, also wie er vom Entwickler selber kommt, der ist nicht verwundbar, dem passiert nichts, aber Fehl-Distributionen, die gehen nämlich jetzt her und patchen das Ganze mit einem Bestandteil von Systemd, nämlich lib-Systemd, eine Bibliothek, mit der man eben entwicklerseitig auf Systemd zugreifen kann. Meist geht es darum, mit Systemd-Notify Systemd mitzuteilen, wann der SSH-Server bereit ist. Hier ist ein Commit, wo man das Ganze sehen kann, und zwar haben wir hier einmal bei SSH, bindet ihr die Bibliothek ein, Systemd, SD-Demon.h. Ja, jetzt wird hier bei bestimmten Funktionen, einmal beim Restart zum Beispiel, wird SD-Notify aufgerufen, Reloading 1, also der lädt sich gerade neu, plus, wenn er eben gestartet ist, das ist jetzt weiter unten hier, da sind einige Zeilen weg hier, die man nicht sieht, da guckt er auch, haben wir das mit dem Flag kompiliert? Wenn ja, dann gibt er, sobald er bereit ist, ein Signal an Systemd, damit er weiß, okay, jetzt ist er bereit, jetzt können wir das auch für Abhängigkeiten verwenden, um die zu starten. Systemd selber wiederum, der hat jetzt allerdings die XZ-Bibliothek über lib-LZMA eingebunden, das wird zum Beispiel genutzt, um das Journal zu komprimieren, das heißt, die steckt in Systemd drin, und da wiederum, da ist jetzt unser Backdoor vorhanden, den wir gleich noch genauer angucken, das heißt, hier kann Schadcode eingeschleust werden, über Systemd kommt er jetzt eben auf den SSH-Server. Dass das nicht gut ist, kann man sich schon denken, denn mit SSH komme ich ja an das System ran, das heißt, da habe ich schon einiges an Schadpotenzial. Daran kann man jetzt auch erkennen, betroffen sind, in Anführungsstrichen, nur Distributionen, die Systemd verwenden und SSH gepatcht haben, zum Beispiel Ubuntu, Debian, aber auch weitere, die habe ich nur mal beispielhaft hier jetzt umgesetzt, zum Beispiel Archlinux macht das nicht, die sind schon aus dem Grunde nicht betroffen, weil ich eben davon XZ nicht auf den SSH-Server als sensiblen Prozess komme. Ob das der Fall ist, können wir mit LDD prüfen, damit gehen wir auf den absoluten Pfad von der SSH-Demon-Binary und machen hier ein Grab auf lib-LZMA, dann sehen wir hier, ja, der hat das hier als Abhängigkeit drin und geht auf diese Bibliothek. Als nächsten Schritt können wir einmal mit der Paketverwaltung, das jetzt bei einem Ubuntu, gucken, welche Version von diesem XZ-Utils-Paket haben wir installiert. Das ist 5.2.5, damit sind wir laut derzeitigem Stand nicht betroffen. Im derzeitigen Stand wird davon ausgegangen, dass die Versionen 5.60 und 5.61 kompromittiert sind. Hier hat man den Backdoor, also die Hintertür gefunden. Wichtig hierbei, diese ganzen Infos sind vorläufig. Ich habe am Freitag mit der Recherche angefangen und das Video mehrfach verschoben, weil da doch immer wieder einige Sachen dazukamen, neue Erkenntnisse gewonnen wurden. Das ist ja jetzt ein Reverse Engineering von einem ganz aktuellen Thema. Man sieht es hier an dem Red Hat Report, der ist vom 29., also vom Freitag. Da gibt es jetzt Informationen nur aus wenigen Stunden Reverse Engineering. Darum kann es auch gut sein, dass das hier in ein paar Tagen nochmal anders aussieht und weitere Informationen bekannt werden. Zum jetzigen Stand müssen eine ganze Reihe an Bedingungen erfüllt sein, damit dieser Backdoor aktiv wird. Zum einen, die Version hatten wir eben schon, 5.60 oder 5.61. Dann klingt er sich nur in SSH-Server ein. Das bedeutet, auf Workstations zum Beispiel, wo kein SSH-Server installiert ist, die sind schon mal nicht akut gefährdet. Das Ganze betrifft also eher Server oder eben Systeme, die öffentlich im Internet erreichbar sind. Dann dürfen bestimmte Umgebungsvariablen wie Term nicht gesetzt sein, ist meist das Zeichen von einer interaktiven Konsolensitzung. Lang dagegen für Region und Sprache, zum Beispiel DEDE, das muss gesetzt sein. Debug-Variablen, die dürfen nicht gesetzt sein. Generell darf auch kein Debugger laufen, sonst wird der nicht scharf geschaltet. Die Binderteile vom SSH-Server, die muss in User-Sbin-SSHD liegen. Das ist nicht bei allen Distributionen der Fall. Zum Beispiel bei Manjaro, da liegt sie woanders in User-Bin. Vanilla Open-SSH nicht betroffen, nur gepatchte Version, das habe ich eben gezeigt. Dann geht es noch weiter. Betroffen sind GNU-Linux-Plattformen mit glibc. Das heißt zum Beispiel Alpine Linux, die sind ebenfalls nicht betroffen. Dazu wird die Architektur abgefragt. Ist das nicht 64-Bit x86? Passiert auch nichts, das heißt zum Beispiel auf dem Raspberry Pi würde das nicht aktiv werden. Warum der bestimmte Sachen abfragt, das wird zumindest teilweise klar, wenn man sich jetzt mal anguckt, was der konkret macht. Der missbraucht nämlich Funktionen, die nennen sich iFunk aus glibc, um Funktionsaufrufe vom SSH-Server umzuleiten. Konkret ist das hier die Funktion rsa-public-decrypt. Laut bisherigen Erkenntnissen versucht hier der Angreifer über einen bestimmten SSH-Key, also einen öffentlichen SSH-Schlüssel, eine Remote-Code-Execution zu triggern. Das heißt, er kann dann über den im SSH-Schlüssel eingebetteten Code auf dem System erstmal sich anmelden und diesen Code ausführen. Ihr merkt schon, die Funktion ist relativ komplex und das ist noch gar nicht alles. Der Exploit, der ist insgesamt in drei Teile aufgeteilt. Der wichtigste Hauptteil befindet sich ausschließlich in den binären Releases, also in dem Target-Set-Archiv, das man sich runterladen kann. Hier wird das oft Torbar genannt. Ein zweiter Teil liegt in verschleierter Form im Git-Repository. Dort wurde er als Test getarnt, ist aber ohne den restlichen Teil harmlos. Der dritte Teil ist ein Skript, um die verschlüsselt getarnten Testdateien zu extrahieren. Die werden dann anschließend im Bildprozess in die Binderdatei eingebaut. Wer also den Quellcode aus dem GitHub-Repository selber kompiliert, der besitzt nur einen Teil des Shard-Codes, nämlich diese Testdatei. Das heißt, die Hintertür, die würde hier in der Binderdatei nicht drin sein, also schon recht ausgeklügelt. Durch die recht frühe Entdeckung halten sich die Auswirkungen in der Praxis ziemlich in Grenzen. Betroffen sind, wenn überhaupt, nur Test- und Unstable-Versionen. Zum Beispiel bei Debian, da war das hier in Testing und Unstable betroffen. Die Stabile nicht, die ist komplett sauber. Bei Ubuntu sieht es im Grunde ähnlich aus. Auch da bloß die Testversion betroffen, die Stabile nicht. Auch in der Red Hat-Ecke, da ist die Testversion von Vedora betroffen, die Produktive nicht. Und auch Red Hat hat ebenfalls keine Version mit Shard-Code in ihren Paketquellen. Problematisch wird es hier bei den Rolling-Release-Distributionen. Diese werden ja fortlaufend aktualisiert und sind daher bekannt dafür, die Upstream-Pakete, also die Software von den Entwicklern, schnell bis zumindest zeitnah auszuliefern. OpenSUSE ist zum Beispiel betroffen. Mit ZumbleWeed, das ist deren Rolling-Release-Distribution. Bei iClinux wiederum hat man erst mal festgestellt, man ist aus mehreren Gründen nicht betroffen. Der erste Grund, SSH ist gar nicht gegen diese Bibliothek gelinkt, also nicht gepatcht, was ich vorher mit der Grafik erklärt habe. Das heißt, hier wird der Shard-Code zumindest nicht in SSH geladen und könnte damit auch in dem Prozess nichts abgreifen. Außerdem haben sie ein anderes Paketformat. Dennoch hat man sich entschlossen, das Ganze zu patchen, damit eben kein Shard-Code auf dem System der Nutzer drauf ist. Da wurde eine neue Version veröffentlicht, jeweils mit einem Strich 2 hintendran. Das wiederum ist ein Sprung zurück auf diese 5.45-Version, von der man der Meinung ist, die ist sauber. Übrigens ist nicht bloß GNU-Linux betroffen, auch Apple als Unix, und zwar mit dem Paketmanager Homebree. Der läuft auch auf Linux, aber ist besonders in der Apple-Welt verbreitet, weil es da eben anscheinend keinen Standard gibt. Hier denken die Entwickler zwar, sie sind ebenfalls nicht betroffen, haben aus Sicherheitsgründen ähnlich wie Archlinux gesagt, wir gehen hier zurück auf die Version 5.4, machen da ein Downgrade. Wer dahinter steckt, darüber könnte man wahrscheinlich noch mal ein eigenes Video machen, zumal bisher das Ganze noch in der laufenden Untersuchung ist. Da wurde teilweise auch das Repository auf GitHub gesperrt oder deaktiviert, also das ist gerade ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Was wir bisher wissen, das Projekt hat zwei Personen, die sich darum kümmern. Der erste gehört zum Urgestein, zu den Gründern, der macht das schon seit weit über 10 Jahren und hat davor an einem Vorgängerpaket gearbeitet. Die zweite Person ist noch relativ frisch dabei, erst seit so zwei, zweieinhalb Jahren beteiligt sich der aktiv und der ist wahrscheinlich auch derjenige, der den Exploit eingebaut hat. Von ihm stammen die verseuchten Versionen. Der ältere von beiden, der hat inzwischen auch einen Beitrag auf seiner Homepage geschrieben, wo er das Ganze zusammenfasst, was bisher bekannt ist. Auch da sagt er, diese Backdoor-verseuchten Versionen, die stammen von dem anderen Kollegen. Der konnte auf das Repo von GitHub zugreifen, aber nicht auf diese Homepage hier, beziehungsweise eben bloß auf eine limitierte Subdomain, die inzwischen abgeschaltet wurde. Diese Seite hier, die soll also wieder von ihm original sein. Spannend ist, dass die Seiteneffekte von diesem Backdoor schon am ersten Tag, wo das Ganze veröffentlicht wurde, entdeckt wurden, aber dieser besagte Entwickler, der hat hier versucht, sich rauszureden, das wäre ein Bug im Compiler, aber es war eben ein Seiteneffekt von seinem Backdoor. Was bedeutet das nun für die Sicherheit des Unix, beziehungsweise auch GNU-Linux-Ökosystems? Es handelt sich zwar um einen spektakulären Backdoor, wie man ihn nur selten sieht. Bei dem Aufwand kann man vermuten, dass da ein staatlicher Akteur hintersteckt, NSA & Co., die das ja leider gerne ausnutzen, um selber an Informationen an Systeme zu kommen. Allerdings wurde er recht früh entdeckt, deswegen war keine stabile Null-Linux-Distribution betroffen, abgesehen von den Rolling Release-Editionen. Da kam das Ganze durch die früheren Updates insgesamt ein überschaubarer Personenkreis. In der Praxis dürfte der noch geringer sein, zum einen, weil der Backdoor auf manchen Distributionen oder auch auf MacOS-Systemen laut jetzigem Stand gar nicht funktionsfähig war. Außerdem müssen wir dafür mal in den Kontext gucken. Bei der Konkurrenz, bei Windows zum Beispiel, da haben wir ja ständig Sicherheitslücken und ständig kommt es da auch vor, dass man damit zerschlampig umgeht. Hier wurde eine Sicherheitslücke behoben, später hat man sie aus Versehen wieder geöffnet und sie musste dann nochmal behoben werden. Auch das ist kein Einzelfall. Hier gab es eine bekannte Sicherheitslücke in Windows, die war zwei Jahre lang offen, bis Microsoft endlich gehandelt hat. Also war jeder Windows-Nutzer da verwundbar. In der Cloud sieht es da nicht besser aus. Auch da über viele Monate hinweg sind Schwachstellen bekannt, die man nicht oder erst viel später behebt. Die Liste könnte man auch viel weiter führen. Wir sind schon seit einiger Zeit so weit, dass Leute, die mit Microsoft arbeiten und sich da auskennen, dass die da von einem Sicherheitsrisiko Microsoft sprechen. Dass Microsoft die Messlatte so tief hängt, kann natürlich nicht bedeuten, dass sich nur Linux darauf ausruhen kann und sich auch auf dieses Niveau herablassen kann. Von diesen Zuständen sind wir zum Glück weit entfernt. Solche Backdoors, wie wir sie in dem Fall hatten, sind selten und die waren hier auch nicht etliche Jahre offen. Natürlich gibt es in gewissen Dimensionen immer Verbesserungspotenzial. Darum sollten wir daraus lernen, um eben die Sicherheit von GNU-Linux und der ganzen Software, weil das war ja hier im Grunde eine Drittanbieter-Software, also eine Anwendungssoftware, die halt über Systemd in vielen Distributionen drinsteckt, wie wir das eben in Zukunft besser machen können. Hier hätten uns zum Beispiel reproduzierbare Bills geholfen. Die sind hier in einem Leitfaden vier Schritte zur sicheren Software auch mit drin, und zwar direkt auf Platz 2. Hierbei geht es darum, dass ein Bild immer das gleiche Ergebnis bringt. Das heißt, ich kann am Ende dann nachprüfen, ob die BIN-E-Datei, die ich bekomme, zum Download zum Beispiel in dem GitHub-Repository, in dem Fall hier, hier ist das teilweise noch archiviert, das hier war die Bibliothek, und hier bei den Releases gab es dann eben diese TAR-Archive mit den BIN-E-Dateien. Das heißt, ich kann dann prüfen, ist da wirklich das drin, was hier der Quellcode vorgibt. Das war ja in dem Fall nicht so, und ein wichtiger Teil dieses Backdoors, dass man den eben nur in den Releases drin hatte, nicht im Quellcode. Das hätte man damit also finden können, um festzustellen, dass hier jemand den Bildprozess manipuliert hat. Jetzt wird vielleicht auch klarer, warum ich das Ganze 2020 im Zuge von der Corona-Warn-App auch schon kritisiert habe. Die gab es dann nämlich nicht. Genau aus dem Grunde habe ich das kritisiert. Wir wissen nämlich jetzt nicht, ob der Quellcode, den wir da sehen und auch überprüfen, wirklich dem Bild von dem Ganzen entspricht. Man kann auch diskutieren, ob solche Abhängigkeiten eine gute Idee sind, bei der riesige Softwarepakete am Schluss durch Systemd in dem Fall zusammenkommen. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte, der bei Systemd geäußert wurde. Es ist ein riesiges, komplexes System, wo nachher alles mit allem zusammenhängt. Würde zum Beispiel Systemd nicht die Logs komprimieren, hätten wir diesen Teil hier dort gar nicht drin. Das heißt, wir könnten die Komponente hier komplett rausnehmen, hätten hier diesen Exploit gar nicht in der Form da drin gehabt, sondern das würde hier ein externes Programm machen. Zum Beispiel hatte man früher LogRotate, das dann hier nicht in direkter Verbindung steht und diese Funktionen von derart sensiblen Diensten nicht manipulieren kann. Oder aber man könnte zumindest diese Benachrichtigungsschnittstelle auslagern, damit man eben nur möglichst wenig Code von Systemd in andere Software einbinden muss, statt eben hier relativ viel. Denn das ist ja hier der komplette Demon. Schlussendlich sollten wir mal ein Auge darauf haben, dass es kleinere Projekte gibt, die von zwei, drei, teilweise auch nur einer einzelnen Person in der Freizeit betrieben werden, die aber ein elementarer Bestandteil von größerer, wichtiger Software sind und dementsprechend da einen Einfluss darauf haben. Hier gibt es da ein schönes Meme zu FFMPEG. Das könnte man genauso gut hier auf jetzt hier zum Beispiel Systemd-basierte Distributionen hier oben einfügen und das hier ist dann unsere XZ-Library, die hier mit einem Kleinstein das gesamte Gebäude, dieses gesamte Bauwerk zum Einsturz bringen kann. Damit macht man es bösen Akteuren auch einfach. Man ist bei so kleinen Teams froh über jede Unterstützung und das ist eben bei Open Source generell so. Das kann gut funktionieren, wenn die Ressourcen da sind und helfende Hände verfügbar sind. Wenn jeder bloß nimmt und keiner gibt, klappt das nicht oder es ist eben anfällig. Das Thema wird hier wahrscheinlich noch nicht beendet sein. Auf der Debian-Mailing-Liste wird zum Beispiel diskutiert, welche Version man noch als sicher ansehen kann, weil die Person, die hier sehr wahrscheinlich den Backdoor eingebaut hat, die hat mindestens 750 Comets, also Code-Änderungen, zu diesem Projekt beigetragen. Dann wäre es theoretisch denkbar, dass hier in älteren Versionsständen auch noch andere Exploits drin sind, die man bisher noch nicht gefunden hat. Das gilt auch für andere Projekte, denn diese Person beziehungsweise dieser GitHub-Account, der hat auch bei anderen Projekten mitgewirkt. Da muss man jetzt genauer hinschauen. Ich denke, da wird in den nächsten Tagen und Wochen sicher noch das ein oder andere an Informationen entweder überholt sein oder neu dazukommen. Was denkt ihr, wer steckt hinter diesem Pseudonym? Welche Maßnahmen könnten aus eurer Sicht das Risiko für solche Angriffe in Zukunft reduzieren? Schreibt's gerne auf ULabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.